ja moin ja leide wie geht es euch hoffe ich geht es gut ja wir melden uns jetzt auch mal wieder ja wetter war jetzt in letzter zeit nicht so geil deswegen da hat sich einfach irgendwie nichts ergeben aber wir haben natürlich voll aufgerüstet also der torsten hat sich eine drohne gekauft hat noch einen drohnen führerschein gemacht und ich habe kameratechnisch noch mal komplett nachgelegt also natürlich unter allgäu pixel sind gerade so viele krasse sachen die hier passieren also das ist unglaublich und ja jetzt wollen wir euch heute einfach mal mitnehmen wie der torsten seine drohne fliegt die fliegt nicht ins wasser oder so wir sind nämlich gerade am hopfensee wo ist denn der hopfensee am hopfen oder wie heißt es hopfen am see jetzt ja so heiß genau und jetzt schauen wir mal ob man hier noch ein paar geile aufnahmen machen können mit der drohne und ja alles weitere seht ihr dann gleich im video viel spaß so wir haben hier unser ganzen scheiß ich habe gerade alles aufgebaut hier ist ein mikrofon ja auch noch drin und so ich habe auch übrigens ein neues mikrofon also wundert euch nicht wenn vielleicht die tonqualität nicht so geil ist ich muss alles noch ein bisschen ausprobieren torsten der der pilot ist auch schon bereit hoffe ich ja der wird jetzt gleich hier das ding aus der hand starten also ich bin jetzt mal gespannt ich habe schon ein zweimal geübt von dem her überprüfung abgeschlossen und los geht's und wie schaut es aus ganz gut komplett konzentriert und weg ist sie also leute wir probieren jetzt mal was aus der torsten will jetzt irgendwie dem bach lauf folgen und dann irgendwie zu uns fliegen also ja ich nehme euch jetzt einfach mal mit und dann Musik Was probierst du jetzt? Ich probiere ob die Hinderniserkennung anhat Ja, ich hoff's Boah! Nice! Ja, gut gelaufen So Freunde, wir sind jetzt fertig Das war unser Tag am Hopfensee Fand ich voll geil Man merkt, Thorsten ist nicht das erste Mal geflogen Ja, danke Er macht sich da echt gut, finde ich Keine Ahnung, wir werden jetzt mal schauen Ich werde jetzt das Video mal zusammenschneiden und dann schauen wir uns die Aufnahmen an beziehungsweise ihr habt es ja gerade eben schon gesehen und ja, also wenn euch das Video gefallen hat dann lasst einen Daumen nach oben da und vergesst nicht die Glocke zu abonnieren und ja, dann würde ich sagen sehen wir uns im nächsten Video Ich weiß noch nicht was kommen wird aber es kommt bestimmt was geiles Auf jeden Fall Also, vielen Dank fürs Zuschauen und ja, wir sehen uns im nächsten Video Bis dahin Ciao